Der Campingurlaub in Österreich war heuer weniger gefragt als im Vorjahr. Dabei verlief es im März noch sehr gut, dann kehrte aber Ruhe ein. Insgesamt verbuchten die heimischen Camping- und Stellplätze rund 2,48 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024. Das entspricht einem Minus von rund 5 Prozent im Jahresvergleich. Der ÖAMTC verweist dabei auf einen niederschlagsreichen Juni und die Fußball-EM in Deutschland. Durch das warme Wetter im März habe die Camping-Saison in Österreich heuer deutlich früher gestartet, wodurch sich die März-Nächtigungszahlen auf 189.219 Übernachtungen beinahe verdoppelt haben. Den leichten Rückgang bei den Nächtigungen kann man einerseits damit erklären, dass viele Österreicherinnen und Österreicher früher als üblich den Campingurlaub daheim, sprich in Österreich verbracht haben und im Mai und Juni aufgrund hoher Niederschläge bereits Richtung Süden ins Ausland gefahren sind, so Thomas Mehlbauer, Präsident des österreichischen Camping-Clubs. Des Weiteren seien im Juni deutlich weniger deutsche Camper auf österreichischen Plätzen anzutreffen gewesen. Das hängt vermutlich mit der Fußball-EM zusammen, kann aber auch auf das Wetter zurückzuführen sein. Im eigenen Bekanntenkreis und innerhalb der Camping-Community war aber zu beobachten, dass im Juni viele eher in Deutschland gecampt haben, um sich vor Ort ein Spiel anzuschauen, so Mehlbauer. Am häufigsten wurde in Österreich in Tirol gecampt. Danach folgt Kärnten und Salzburg. Wien ist im Österreich-Vergleich das Schlusslicht, aber auch hier wurden etwas über 36.000 Übernachtungen registriert, so der ÖAMTC. Zumindest die aktuellen Zulassungszahlen bei Wohnmobilen lassen für die Zukunft keine Luftsprünge erwarten. Im Juli gingen die Neuzulassungen um 36 Prozent zurück. Allerdings verkauften sich die mobilen Wohnungen zur Zeit der Corona-Pandemie wie warme Semmeln.